Also das nächste Lied geht über Religion und Politik, ob das geschickt ist. Ja, das ist immer die Frage und ich mache da natürlich gerne weiter bei diesem ganzen Thema. Religion und Politik ist das Geschick. Ein Thema, was uns beglückt oder nur Sport und Reisen uns entzückt. Auch über Frauen oder Männer nicht reden, können nichts belegen und streuen. Und bei manches Gerücht das Thema nie verläuft. Religion und Politik ist das Geschick. Ein Thema, was uns beglückt oder nur Sport und Reisen uns entzückt. Schon fliehen wir zu den Themen Reisen und Sport. Es gibt manch tollen Ort. Irgendwie ist es doch ein Allein. Sind gerne dabei. Wenn die Welt bietet große Sachen, lasst uns Fantasie entfachen und vor allem recht viel lachen. Religion und Politik ist das Geschick. Ein Thema, was uns beglückt oder nur Sport und Reisen uns entzückt. Oder sollen wir sprechen über die Arbeit, bringen dort viel Zeit und dafür die Freiheit postuliert, wer wirklich profitiert. Und lassen uns nie versenkt. Und lassen uns nie versenken, müssen immer daran denken, wer mag unser Leben lenken. Religion und Politik ist das Geschick. Ein Thema, was uns beglückt oder nur Sport und Reisen uns entzückt. Ein Thema, was uns beglückt. Ein Thema, was uns beglückt.